Intro Hallo liebe Stimmers, willkommen zu einer weiteren Folge Bad Wurst auf meinem Kanal Heute mal VX2 alleine auf Lumberjack, jawoll! Mensch, habe ich diese Aufnahme alleine vermisst? Oder auch nicht? Wird ne lustige Runde Bro, mach doch was aus dem Bronze, was du hast Dreiviertelstacks von... oh nein, ich lag, ey Nein, nicht jetzt schon Das ist übrigens, by the way, meine erste Runde heute Das heißt, wenn ich faile oder sonstiges, dann... Ach WTF, Alter MSI Ja Ach, komm schon Hilf da, aufdrehen da Karacho Oh Wenn der PC sich jetzt abgekühlt hat, dann kann die Aufnahme auch richtig losgehen So Ja, unser Mate hat wohl nicht vor, irgendetwas zu machen diese Runde Das heißt Wir werden uns komplett alleine durchschlagen müssen hier Aber das kriegen wir bestimmt hin Aber das kriegen wir bestimmt hin Hm Ich glaube Team Grün ist das Der ist alleine, aber als zweites in der Mitte Ist das bitter? Ne doch nicht, Team Grün ist gegenüber Dann ist es Team Blau, was jetzt auch in der Mitte ist Wir gucken mal, was wir mit drei Blöcken in der Mitte noch so erreichen können Beziehungsweise wo wir noch hin können Aieieiei Ok Zu Rot können wir schonmal nicht, die haben auch Gold Zu Grün können wir auch nicht Und dahin können wir auch nicht Läuft alles super Hat jetzt auch keinen Bock die Blöcke zu farmen Da komm ich lieber mit Fulico in die Mitte Außer unser Mate hat natürlich das Eisen eingesammelt Wo ist unser Mate hin? Läuft Bei Zap ist nun online Das freut mich auf Zap hier So Ich bin mal gespannt wann ich den ersten Also wann Zap den ersten Clan Report von mir Beziehungsweise von unserem Clan bearbeitet Ich hoffe natürlich dass er ihn annimmt Hehehe Mein Spaß Ähm Ich hab noch nichts negatives gehört Was er gemacht hat Bis jetzt Nichts positives und nichts negatives gehört Und solange nichts negatives kommt Ist auch nichts schief gelaufen Das heißt Sepp macht bis jetzt seine Aufgaben wohl Nicht falsch oder auch nicht schlecht Je nachdem wie man sie interpretiert Das freut mich doch Oh Oh Das hat jetzt keiner gesehen Das hat jetzt keiner gesehen Egal Ähm Wir nehmen jetzt die 2 Bögen Saven noch einmal 2 Gold Aus der Mitte und Portmonstern Saven noch einmal 2 Gold aus der Mitte und Portmonstern Stoppen wir halt beide Bögen in der Mitte Was ist mein Mate Er rennt einfach durch Er rennt einfach durch die Gegend Macht nichts Ok Ich hab jetzt keinen Bock hier genug Wegenockt zu werden Das machst du gut Bro Weiter so Bin stolz auf meinen Mate Passt ja so Wir haben es nur noch einen blauen Den kriegen wir locker easy runter geschossen Und den grünen der noch ein Bett hat Ich frag mich eher wo der blaue ist Ob der gerade schon auf dem Weg zu grün ist oder Weil der grüne ist ja noch anscheinend in der blauen Base Wenn ich mich da jetzt gerade nicht vertue Oder ist das die grüne Base Woran sehe ich überhaupt bei dieser Map welche Ne da ist noch die grüne Base Wurde vom blauen gekillt ok Das heißt wir haben jetzt locker easy die Chance den Typen zu holen Eieiei Das war schlecht Er ist meine erste Runde Ausrede zählt Super Warten bis er wieder da ist Hi Blinder Kill Guy So und jetzt holen wir uns nur auf das blaue Team Und damit wäre dann auch die Runde schon gegessen Mensch das freut mich Vielleicht kriege ich sogar das Video noch heute 16 Uhr pünktlich wieder raus Und vielleicht kriege ich auch noch ein paar Fortproduktionen hin Das wäre doch Das wäre doch Schnielke Das wird doch jeden freuen der meine Videos mag Mich inklusive Heißt nicht dass ich meine Videos mag Aber dass ich die Fortproduktion mal wieder geschissen bekomme Aim Hallo Ja Das waren dann Ca 5 Minuten 30 bis jetzt Ich hoffe euch hat die Runde natürlich gefallen Wenn ja dann lasst doch mal wieder einen Daumen nach oben da Kommentiert weiter fleißig Das freut mich dass ich immer wieder die selben Leute sehe die da rein schreiben Aber auch mein neuer Gesichter sind gerne gesehen in den Kommentaren Ich beantworte jedes einzelne Kommentar was nicht gerade Komplett sinnlos ist Von daher Haut rein bis morgen Mahn sieht sich Ciao